Grüß Gott, die Botschaft der letzten Jahre von Gott an uns ist seine Barmherzigkeit. Nicht Opfer, sondern Barmherzigkeit will er. Wir werden jetzt am Sonntag, ein Sonntag nach Ostern, wir werden Barmherzigkeitssonntag feiern. Warum ist dieser Sonntag so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass Jesus durch die Schwester Faustina die Botschaft der Barmherzigkeit, seine Barmherzigkeit zur Welt bringt? Viele von uns spüren, wir kommen in unserem Leben nicht zurecht. Viele von uns spüren, irgendwie und irgendwas fehlt mir. Bin ich wirklich geliebt? Bin ich wirklich derjenige oder diejenige, die für Gott so wichtig ist? Kommt er zu mir, auch zu mir und sagt mir, ich bin dein Gott, ich liebe dich doch. Diese Botschaft sagt uns ganz deutlich, ich liebe jeden von euch. Macht eure Herzen auf für meine Barmherzigkeit. Macht in eurem Herzen Platz für mich selbst, sagt uns Jesus. Wenn er die Hand auf seinen Herzen hält und die Strahlen, Blut und Wasser, die uns reinigen, die Strahlen, die uns zeigen, wie seine Liebe groß ist, dann sehen wir einen Gott, der liebt, auch mich, wenn ich sogar ihn nicht liebe. Das ist die Botschaft, liebe Schwestern und Brüder, dass Gott mich liebt, auch sogar, wenn ich weit weg von ihm bin. Die Botschaft von einem barmherzigen Gott, der immer wieder schaut, kommt er, kommt sie zurück? Ist sie auf dem Weg nach Hause, geht sie wirklich zu mir zurück? Er schaut und wartet, dass wir endlich begreifen, dass er unser Gott ist, dass wir keine anderen Götter suchen müssen, dass er die Liebe ist. Als Gott uns die Barmherzigkeit, Botschaft durch die heilige Schwester Faustina schenkt, ist die Welt in einer Zeit des Krieges. Diese Geschichte erzählt uns aber vertraut auf Jesus, vertraut auf Jesus, der auch in diesen schlimmen, schwierigen Zeiten durch unsere Dörfer und Straßen, durch unsere Städten und Gassen geht und sammelt uns und sagt mit seiner österlichen Botschaft, liebt einander und kommt zurück nach Galiläa. Friede sei mit euch, Friede mit meiner Kirche, mit meinen geliebten Jüngern und Jüngerinnen. Dass Gott die Barmherzigkeit ist, erfahren wir immer wieder in seiner Kirche. So sehen wir hier, liebe Schwestern und Brüder, an Jesus, der die Arme ganz breit auseinander hat und dass er diese Arme an uns richtet und er sagt, kommt alle zu mir. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin dein Gott. Ich warte auf dich. Ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020